Yo Leute und Willkommen zurück zu Super Mario Brothers X The Legend of Mario Die Legende von Mario So, in die Röhrer Ja wir gucken erstmal wie wir verkacken Was ist eigentlich los? Was ist denn hier los? Was denn? Star Palace 3 Na wo ist hier der Stern? Bestimmt haben wir nichts Ich glaub's auch Oh stimmt es gibt ja immer einen Secret Stern Wow, der ist hier schwer verstanden Ja Geh du da oben hin Ich gucke in den Wasserpalast Bitte 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 NEIN Ach scheiße Hier fehlen uns zwei Es fehlen hier überall welche Ich bin mir sicher Ne, ne, 3-2 haben wir Und 3-3 Auch So und 3-4 Auch Alter so schlecht waren wir gar nicht Wasser Tempel Backtracking machen wir den letzten Part Ja, in den allerletzten Part holen wir alles nach Das ist dann einfach am besten Ja, weil ich hab jetzt keinen Bock Ich will neue Level erleben Und Luigi ist immer noch in Gefahr Und der will ja zu Peach jetzt Ne, der ist tot Hä? Luigi ist tot Äh, ja, Luigi ist tot Was ist eigentlich, wenn wir jetzt da unten in die Röhre gehen? Geh mal in die Röhre, bitte Oh Ich kann da nicht rein Unten ging's noch weiter Lauf mal nach Nein, ja, oder? Da unten war noch ein Level Ich hab das noch gesehen vorhin Egal, dann gehen wir jetzt in die epische Röhre auf Röhren Was wird hier drin sein? Totenköpfe sagen schon mal nichts Gutes Oh Tempel Nein Die Musik Super Mario World Nee, Super Mario Oder? Ist das nicht einfach nur mal The Brothers 3 bei Bowser Das klingt wie der Endkampf von Super Mario World Aber Nee, der ist ja das da Fragezeichner ist das Level Oh, was erwartet uns hier? Ich hab Angst Oh Aber ist das spannend Ich krieg Gänsehaut hier Oh Mann Nee, Mann Wow, springen Ja, irgendwie Hab ich das Gefühl Wir sind direkt im Lava umgeben Hm Ja Oh, oh Das ist die Gerudo Gerudo Arena ist das die? Oh Leute Jetzt geht's hardcore weiter Der Hintergrund gefällt mir auch wieder Oh scheiße Das Level ist groß Ich glaub, wir brauchen ja wieder Yoshi Naja Die gucken ja nach unten Die Spitzen Das heißt wohl, dass wir auch wieder hochklettern müssen Oh Yeah, ich kann auf Lava laufen Du kannst auch das Alter mal klären Das ist einfach ein Schuh, der auf Lava laufen kann Das ist ein Level für dich Ja, du kannst hier nicht wirklich kommen Hä? Ich wollte es sagen Okay, unten den Schuh ist man aufgeschmissen Da ist ein Knopf Ah, ein Fahrstuhl Cool Stimmt Huuuuh 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 Da war bestimmt ein Stern Oh 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 Am Anfang Huuuuh 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 Wie dumm ist das denn Nee, 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 okay, ich weiß nicht, das ist asoziale Technik Asoziale Technik. Ist so. Ah, nein. Warte mal. Ich jetzt hier so... Super funktioniert. Mach doch mal weiter deine Asoziale Technik. Aber Leute, du bist ganz schön entspannt und schwer. Schwer auf jeden. Und wir wollten eigentlich kein schweres Mario-Game haben, aber jetzt haben wir es. Ich guck jetzt mal, wie was hier oben ist. Das kann ja dann auch nicht. Da oben ist eine Röhre. Oha. Pilzi. Der hat mich verarscht. Oh. Ich mach das hier alles lieber sicher. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht ein bisschen lame, aber... Nix ist lame. Alles cool. Dass es Sicherheit gibt. Es kommt ein geisteskranker Bulli im Bild. Okay, das ist ganz klar. Da musst du aufpassen. Der hüpft ja. Was soll man denn mal machen? Warum gibt's nur ein Ei? Das ist dumm. Nein, da muss sie eigentlich am Anfang campen. Ich muss campen. Aber du brauchst den ganzen Screen, sonst ist das auch drin. Oh, ich bin anscheinend dran. Alles klar, was macht man denn hier? Einfach runterfallen. Alles klar. Ich krieg wieder in den Tags reinknallen. Schlechte Skill-Los-Opfer. Kurz gesagt. Nintendo LP. Ja, ja. NLP FTW. NLP FTW. Ja. Ich kann das eh nicht. Ah, der hüpft ja. Ach, ehrlich. Ich kann das wirklich verschwenden. Das macht auch noch ein Feuerbundrum. Für die nächste Stelle. Gab's aber hier, oder? Interessant. Wir können cheaten. Ja, ich hab's auch gemerkt. Mit der Feuerblume, ne? Du musst aber sterben. Ist dir was aufgefahren? Man hört gar nicht mehr die Sprünge. Stimmt. Mein Tod hat man ja auch nicht gehört. Wie töte ich mich am besten? Ohne Schrei. Nee, den hab ich gemacht dieses Mal. Wie bei Streetfighter. Nee, ich mach das jetzt nicht. Ich kiff in der Ecke. Alles super. Mach du das, Blitzen. Du kannst besser mit den Schuhen spielen. Dann brauchst du noch den... Blitzen. Hau mal den Pilz. Nö. Ich bleib einfach spät. Das wusste ich natürlich ganz genau. Halt's auch noch. Dann holen wir uns erst den Stern YOLO jetzt. Warte mal. Den Pilz musst du mehr... Nee. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Warte mal, bist du... Doch, du kannst doch... Wenn du dann... Da, so... Ja, fuck. Egal, mir hol ich es jetzt nicht. Nee, hier komm ich. Wir müssen uns töten. Mann, das sieht doch noch unnötig liebend. Das... Das muss man machen für den Stern. Man muss ja wieder hochgehen. Obwohl, nee, wir machen es anders da. Oh Mann, ich denke, ich bin... Sonst bin ich immer nämlich anders. Bleib du hier. Solltest du oben bleiben. Warum? Warum musst du das jetzt machen? Ich hab ne Idee. Machen du bitte. Ja, ich geht nicht. Sonst können wir den Stern nicht holen. Ich hab nämlich ne Idee. Du musst aber Feuer... Nee, warte mal. Ich hätte Feuer. Obwohl, nee. Du musst jetzt wieder bis dahin... Nee, 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 nee. Du kannst ruhig schon in den Aufzug rein. Dann gehst du halt in die Tür da rein, weißt du? Ach so. Den kannst du jetzt ja mit der Feuerblume beletten. Nee, muss halt in den Alten. Ist er tot? Ja. Der Ton ist das echt leid. Ich hab schon den Spur, den Brennkluft getritten. Riecht auch. Was hab ich gemacht? Au! Ah, ich bin rausgesprungen. Hä, bist du zu blöd? Ich kann damit nicht umgehen. Ich schwör es dir. Ja, ja. Nee. Nee, das ist nicht bei der Tür. Du bist gleich bei der Tür raus. Ich geb dir den gleich den Ding. Geh raus! Ja, jetzt spinnen raus. Ja. Fuck! Das wollte ich gar nicht. Mann, wir hätten eine Feuerblume gebraucht. Du hast aber noch fucking verloren, schade. Du kannst doch so, oder? Ja, das bringt ja nichts. Wir brauchen ja eine Feuerblume. Ja. Egal, komm, wir müssen das jetzt erstmal überleben hier. Okay. Ich will ja auch einen besseren Screen geben. Ich geb dir jetzt einfach einen besseren Screen. Ich will irgendwo... Ich kann mir jetzt irgendwo hier leben. Mann, sind die verrückt. Ich darf auch erst stehen. So. Okay, die Stärkung mit dem Ding ist aber echt scheiße. Soll man das machen? Ja. Super verkackt. Oder den Stern irgendwie. Immerhin das haben wir geschafft. Das ist doch scheiße Level. Hieso soll man das denn mit dem Ding schaffen? Und vor allem nur mit einem. Da hätte man doch mal wenigstens zwei hinklatschen können. Oder halt in versteckte Blöcke oder so. Man muss das doch nicht immer so scheiße machen. Und man muss da übervorsichtig sein. Jetzt ist hier überhaupt nichts. Okay, Leute. Alter, ist das scheiße. Ich hab nämlich gelesen. Ton ist überbewertet bei Let's Plays. Das ist immer besser, wenn man einfach nur kommentiert. Alter. Ja. Läuft bei uns. Nase läuft. Nee. Hausschuhe. Die laufen auch. Du kommst jetzt wieder. Ich hasse meine Ohren. Vor der Matte. Uuuuuh. Mann. Ich hasse dieses Level. Boah. Grünling. Oh. Das ist das scheiße. Das ist das dümmste Level. Das ist das dümmste Level. Das ist das zu euer. Das ist das zu euer. Okay, wir können rauffahren. Mann. Wir haben gestern. Das ist aber echt dumm, dass du nur mit diesem verkackten Scheißding weiterkommst. Ich meine, ein Treffer und du bist gefistet. Und das nicht nur von vorne. Ja, das bringt es dir doch nichts. Wir brauchen eine Feuerblume. Obwohl, du musst nur groß sein. Nee, warte. Das bringt uns auch nichts. Achso. Achso, das haben wir nur Sound. Warte, gib mir mal deinen Pilz. Ja, dann. Gib jetzt. Toll. Wir sind eh gleich tot. Jetzt ist das Leben, Leute. Süß. Oh, Mann. Leute. Das ist schwul. Wir sind jetzt 13 Minuten lang unproduktiv. Ja, unproduktiv. Achso. Jetzt sind wir sie komplett weg. Was ist denn los? Das liegt am Level. Das ist eine 62. Das ist eine Bakterung. Das liegt am Sound. Ich kann bis dahin mal ein Re-Star-Fall, ein Spiel machen. Ja. Wir denken jetzt einfach um die Musik. DIN 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 DIN. DIN 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 DIN. Ganz mal aufhören. Die macht nicht mehr Angst. Ja, auch. Hier nimm. Friss den Pilz. Aber ich hab mir gar nichts mehr. ich frage mich warum was sieht nicht aus, Leute, das sieht an einem Dreckspiegel ja, man hat ja auch gerade nicht die Titelscreen-Musik gehört man hat ja gar nichts gehört hier hä? dreck ja ich fühle mich irgendwie so schlecht ohne Musik du musst selbst jetzt die scheiß Dings mal in die Geräusche die Töte 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 die Probe die die keine Tote Leiche nur Leben beleichen. Ach so. Kannst du dich umbringen. Bring dich doch einfach um! Wieso ist denn der Ton weg? Das fackt ab, Leute. Was ist denn los? Was ist denn hier los? Wenn du Prinz Maus willst, bringt nichts. Ja, wir machen mal schnell einen Restart. Das bleibt hier nichts übrig. Sorry. So Leute. Ab in die Hölle, in the hell, what the fack. Ich hab das Gefühl die Musik ist auf einmal lauter. Findest du auch? Ich find's auch. Wenn sie jetzt lauter ist, dann entschuldigen wir uns. Oh, ich dachte schon. Die ist viel lauter, Junge. So. Wollte ich gar nicht nehmen. Mach's jetzt weiter. Das ist wirklich nur ein Level für dich jetzt, Juli. Ich kann nicht viel machen, außer das hier. Ich hab einen Treffer und ich bin tot. Das ist so, das ist so. Aber du kannst besser mit den Dingen umgehen als nicht. Ich kann das nicht. Aber es ist schon viel schöner mit Musik zu spielen. Ja, das ist ja bei mir. Ich kann da mit anspringen. Versuch mal ein paar Leben zu holen. Oh Mann. Mach mal das jetzt wieder so. Oh Mann. Woran bist du gestorben? An der Rakete, oder? Ja, vorhin aber eben bin ich an Funden gestorben. Er geht nach rechts. Jetzt bist du weiter schon. Oh, nee. Das ist eine schlimme Stelle. Oh, das ist scheiße. Das ist scheiße. Oh, ich komm nicht. Du brauchst die Rakete. Nee. Oh, oh, oh. Geh runter. Pass auf, der kommt. Wo lang? Kannst du da hoch? Nicht, dass er gleich wegspawnt. Ich hab Angst, dass der wegspawnt. Ja, echt? Was heißt das? Stern? Ja, ja. Jetzt ist er eh weg, wetten. Nee, nee, nee. Da muss ich lang. Da runter, oder? Oder? Ich weiß nicht. Doch, doch, oder? Ich hab Angst. Ich brauche mich nicht. Doch, doch, doch. Du musst da runter. Sonst macht das Level kein Sinn. Ja, du musst da runter. Ja, genau. Da war ein verfickter Switch. Aber wieso gibt es keine Safestates? So. Ja. Das Spiel wird langsam echt frustrierend. Ja, das ist Lost Levels 2, Alter. Gibt's ja... Sorry. Gibt's ja wenigstens mehr rote Dinger. Ich bin der Überstopp Это mit dem sorry dass ich hier so leise bin, aber ich muss mich nicht konzentrieren bei dem Kack ja wir konzentrieren uns hier ein bisschen, ich kann auch nicht viel machen außer hier unterstützen, moralisch wird Julia es schaffen, in diesem Park noch warum geht der Sack jetzt in die andere Richtung? dieser Bedrohiger aber der geht immer nach rechts, ja ne aber wie findet ihr denn bis jetzt das Spiel? also wir finden es schon ok, von der Musik auf zwar alles super, aber ich finde die Level ne manche sind schön, manche sind einfach nur asozial so wie dieses die sind noch schlimmer als die Macher von Lost Levels manchmal genauso viel geraucht ich weiß nicht wie ich es machen soll Leute so ja 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 genau was passiert denn jetzt? bitte Lava, verpiss sie was ist los? ja danke, geh weg, geh weg das musst du dann brauchen oder? doch doch, du kannst auch ach vielleicht geht die auch wieder auf ich muss das machen, weil sonst kann ich das ja auch gar nicht machen joa was heißt das? halbzeit ich will tsss 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 hehehe oh ich kann dir helfen komm 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 geh du mach mal da unten das Gras hä? siehst du das Gras? ja, warte guck mal guck mal ok ich muss mal hier und ich mag tsss oh die Musik ist cool ey die Fahne äh aus Milley die Musik ja oh Gott geht durch was geht hier ab Leute wollen wir noch ein Level machen oder lassen wir es lieber ne jetzt lassen wir es lieber was haben wir denn geschafft? wir haben nur ein Level geschafft oh Leute nur ein Level pro Part das tut uns echt leid aber es wird Hardcore guckt euch das an Leute guckt euch das an das ist Ende und es ist ein Herz stimmt aber die haben kein Herz die Leute so tut uns leid aber das ist wirklich schwer und ich ein Like oder ein Abo äh nein Abonnent wäre richtig nice wir gehen uns jetzt erstmal Medikamente kaufen ja bis zum nächsten Mal Leute tschau tschau